Wie Sie Dokumente des Europäischen Patentamts recherchieren und direkt herunterladen können. Starten Sie Ihre Suche im zentralen Suchschlitz. Grenzen Sie die Treffermenge über den Filter Datenquelle auf Europäisches Patentamt ein. Die angezeigte Trefferliste können Sie gegebenenfalls über weitere Filter eingrenzen. Mit Klick auf den Titel gelangen Sie zur Detailanzeige. Hieraus kann mit Klick auf den Namen des Erfinders, auf die Patentfamilie, den Patentanmelder oder die Patentklassifikation direkt nach verwandten Patenten gesucht werden. Um zum Volltext eines Patents zu gelangen, klicken Sie bitte auf den Button Direktzugriff. Hierdurch gelangen Sie zur Resultlist in der Datenbank Espasnet. Mit Klick auf den Titel gelangen Sie zur Detailseite. Zugriff auf das vollständige Dokument erlangen Sie durch Klick auf Original Document im linken Bildschirmmenü. Hierauf wird in der Bildschirmmitte die erste Seite des Patents angezeigt. Klicken Sie auf den Download-Button rechts unter der Titelanzeige. Sie werden zur Eingabe eines Capture-Codes aufgefordert. Anschließend kann das vollständige Dokument entweder angezeigt oder gespeichert werden. Weitere Informationen zur Patentrecherche finden Sie unter dem Menüpunkt Recherchieren und Entdecken unter Menü Sammelschwerpunkte unter Punkt Patente. Und dann bitte noch einmal. Untertitelung des ZDF, 2020